Frauen wollen also keinen Nice Guy, der meistens an einer Mangelmentalität leidet und keine Option hat. Frauen wollen aber auch keinen Alpha, der Option hat und das auslebt. Wo sind nur all die guten Männer hin? Moderne Frauen suchen sehr oft die Nadel im Heuhaufen. Ich will für alle mal in einem Video festhalten, wieso es so wichtig ist, diese Strategien, die ich euch vermittle, auch anzuwenden. Gegen Ende werde ich auch noch die beliebte Frage beantworten, wie du antworten solltest, wenn eine Frau dich fragt, ob du noch andere Frauen datest. Damit das alles auch Sinn ergibt und ihr es nachvollziehen könnt, ist es erstmal notwendig, ein wenig auszuholen. Ihr müsst die Erwartungshaltung moderner Frauen erstmal verstanden haben. Zu viel Investition ist der Hauptgrund, weshalb Frauen vor Männern den Respekt verlieren und fliehen. Sie fliehen, wenn der Mann sich mehr für die Frau interessiert, als die Frau sich für den Mann interessiert. Denn eine feminine Frau will nicht das Zentrum des Lebens eines Mannes sein, sondern ein Teil davon. Es gibt da auch kein Mittelding. 50% investiert der Mann, 50% investiert die Frau. Nein! 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 Entweder lebst du in ihrem Frame oder sie lebt in deinem Frame. Männer, die zu oft zeigen wollen, dass sie sich um die Frau scheren, durch Investitionen, werden aussortiert. Sie befinden sich auf meinem Kanal und schlucken die vielen roten Pillen, weil sie genau wissen, dass das, was sie tun und wie sie bisher gedacht haben, nicht funktioniert. Ein Nice Guy sein, funktioniert nicht. Eine Frau zu zeigen, wie sehr man sie liebt, funktioniert nicht. Permanent erreichbar zu sein, sofort auf Text, Nachrichten und Telefonanrufe zu antworten, bin Sekunden, funktioniert nicht. Weil Frauen sich nun mal von Männern angezogen fühlen, die ihr eigenes Ding durchziehen. Die Evolutionsbiologie, Psychologie erklärt es. In vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden waren Frauen vom Nutzen des Mannes angewiesen. Deshalb lieben sie bis heute auch opportunistisch. Eine Frau will nur ein Teil des Lebens eines Mannes sein, weil der Mann noch andere Funktionen zu erfüllen hat. Das ist auch nicht schlimm. Trefft ihr auf eine feminine Frau, wird sie euch instinktiv auf eurem Weg unterstützen. Männer, die Optionen haben, die investieren nicht viel in Frauen. Stell dir mal vor, rein hypothetisch, du wirst jeden Tag von 10 verschiedenen Frauen angeschrieben, die dich sehen wollen. Du wirst automatisch wählerisch, oder nicht? Interessiert keinen, was ich will? Doch, mich interessiert, was ich will. Klappe, gehen Sie raus. Männer, die Optionen haben, sind eine Herausforderung und Frauen lieben es, um so jemanden zu kämpfen. Sobald du mit einer Frau unterwegs bist, gucken dich vermehrt Frauen an. Female Made Choice Copying. Sie wollen Männer, die von anderen Frauen gewollt werden. Ist das nicht absurd? Zumindest aus Sicht der Männer. Aber für Frauen bedeutet es nun mal hohen Status. Sich einen Mann zu krallen, der im Stamm hoch angesehen ist, bringt für sie auch Vorteile. Moderne Frauen wissen aber gar nicht, was sie wirklich wollen. Sie sind einfach zu verwöhnt und haben zu viele Optionen. Die meisten durchschnittlich gut aussehenden Frauen haben heutzutage eben viele Männer, die ihnen tagtäglich schreiben. Wenn ich Männern erkläre, dass sie sich mal eine Woche nicht melden sollen nach einem Date, denken sie sich meistens, Warum soll ich eine Woche warten, wenn ich mich eigentlich jetzt melden will? Viel zu lernen, du noch hast. Sie benutzen diese Strategien gar nicht. Aber es kommt noch besser. Frauen wollen Männer, die Option haben, es aber nicht ausleben. Wie absurd ist das denn? Sie wollen einen loyalen Alpha. Sie wollen jemanden, der sich wild austoben kann, es aber nicht tut. Jetzt mach mal einen Punkt! Wieso sollte er denn nicht, wenn er Tag ein Tag aus Interessensignale kriegt von Frauen, die er attraktiv findet, wieso sollte er nicht auch Interesse an diesen Frauen haben? Frauen wollen also keinen Nice Guy, der meistens an einer Mangelmentalität leidet und keine Optionen hat. Frauen wollen aber auch keinen Alpha, der Optionen hat und es auslebt. Wo sind nur all die guten Männer hin? Miss Brandt? Ja? Schnell ein Taschensuch! Diese Frage stellen sich viele Frauen, die lange im Karussell unterwegs waren und keinen Mann binden konnten. Schlicht und ergreifend, weil die Erwartungshaltung zu hoch ist. Nur etwa 10% der Männer auf dieser Welt sind Alphas. Darunter sind ziemlich viele untreue Bad Boys. Selbst gute Alphas wollen sich meistens nicht binden. Sie suchen praktisch die Nadel im Heuhaufen. Mit diesem Hintergrundwissen kannst du die Frage sehr leicht beantworten. In der Kennenlernphase wird diese Frage meistens aufkommen. Datest du noch andere Frauen? Beginnen wir erstmal damit, wie man die Frage falsch beantwortet. Die meisten Betas antworten wie folgt. Nein, natürlich nicht. Du bist die Einzige, an der ich interessiert bin. Du willst nach Hause gehen und dein Leben über dich. Ich will nach Hause gehen und mein Leben über dich. Ich habe auch zu Bluepill-Zeiten diesen Spruch rausgehauen, obwohl ich andere Frauen gedatet habe. Ich dachte, sie würde das Interesse verlieren, wenn ich die Wahrheit sagen würde. Wie beantwortet man die Frage richtig? Selbstverständlich triffst du dich mit anderen Frauen. Selbst wenn du dich nicht mit anderen Frauen triffst, würde ich mit Ja antworten, weil Frauen, auf Männer stehen, die Optionen haben. Selbst wenn sie wortwörtlich sagen würde, dass sie das nicht gut findet, es stimmt nicht. Frauen lieben Konkurrenz. Vermittelst du ihr verbal, dass sie die Einzige ist, denkt sie sich, Der ist einfach, den habe ich schon in der Tasche. Idealerweise antwortest du in etwa wie folgt, Ja, ich date andere Frauen, aber es ist nichts Ernstes. Das ist in der Geschäftswelt übrigens auch nicht anders. Kunden wollen ein Produkt umso mehr, wenn sie sehen, dass noch andere Kunden interessiert sind. Klar, das wird nicht immer klappen. Es wird Frauen geben, die dann abhauen. Das sind Frauen, die sich nicht um dich bemühen wollen. Sie sucht nämlich ihren nächsten Sklaven. Das ist gut. Eine Sorge weniger. Wenn eine Frau dir zeigt, wer sie wirklich ist, dann solltest du dir auch immer glauben. Doch was ist, wenn sie fragt, ob du noch mit anderen Frauen schläfst? Erinnert euch? Frauen lieben Männer, die von anderen Frauen gewollt werden, es aber nicht ausleben. Du kannst exakt auf dieselbe Weise antworten. Ich date zwar andere Frauen, aber es ist nichts Ernstes. So eine Frage hat sie dir überhaupt nicht zu stellen, deshalb musst du auch nicht auf diese Frage ehrlich antworten. Sie würde dir auch nicht die Wahrheit sagen. Du kannst auf ihre Worte in dem Sinne auch nicht vertrauen, egal wie authentisch es für dich rüberkommen würde. Würdest du auf ihr Smartphone gucken und die Chatunterhaltung überprüfen, hättest du eher eine ehrliche Antwort. Willst du gar nicht überprüfen? Ist das klar? Zu Befehl, Drill Sergeant! Alle höchstens, wenn sie anfängt, irgendwann Beziehungssignale zu geben, würde ich diesen männlichen Shit-Test mit ihr einmal durchführen. Also Männer, seid nicht so naiv und passt euch den modernen Regeln des Datens an. Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020